Musik Kinder, ihr dürft nachher gleich baden. Juhu, baden! Ich lasse schon mal Wasser ein. Warum ist das Wasser plötzlich so kalt? Lena, du musst noch warten, bis ich fertig geduscht habe. Sonst kommt bei mir nur kaltes Wasser. Upsi. Oh, Entschuldigung, Papa. Anna, komm, dann suchen wir uns schon einen Badezusatz aus. Oh ja, schau mal. Mama hat ganz viel eingekauft. Cool, eine riesige Badekugel. Was ist denn das, Lena? Ein Knisterbad. Und hier noch ein Einhorn-Schaumbad. Und hier ist noch was. Ein Farbwechselbad. Was sollen wir denn heute nehmen? Also, ich bin für das Einhorn-Schaumbad. Okay, das finde ich auch gut. So, ich bin fertig. Jetzt könnt ihr das Wasser in die Badewanne laufen lassen. Okay, Papa. Schön warmes Wasser. Mama, dürfen wir das Einhorn-Bad benutzen? Ja, natürlich. Das habe ich ja extra für euch gekauft. So, das ist genug Wasser. Und angenehm warm ist es auch. Los, in die Wanne. Ich muss schnell auf die Toilette. Warte auf mich mit dem Schaumbad. Ja, ich warte auf dich. Ah, ist das schön warm. Komm, schnell ins Wasser, Anna. Wow, das Wasser wird ja ganz rot. Das sieht ja lustig aus. Wir können doch mit unserem Puppengeschirr spielen. Gute Idee. Mama, bringst du uns bitte die Puppentassen und die Kanne? Dann können wir mit dem Schaum kochen spielen. Ja, das kann ich euch holen. Anna, wir müssen jetzt ganz, ganz viel rühren, damit so richtig viel Schaum entsteht. So, hier sind die Kanne und zwei Tassen. Äh, Kinder, wo seid ihr? Wow, wir sind die Schaummonster. Hilfe, Schaummonster. Hier habe ich das Geschirr für die Monster. Danke, Mama. Es gibt Taffee mit Sahne. Wer möchte noch, wer hat noch nicht. Und jetzt müssen wir noch Haare waschen. Oh, nein. Doch, wir müssen Haare waschen. Oh, nein, aber nicht mit der Brause. Doch, wir müssen eure Haare doch klar ausspülen. Ach, Mann, ich mag das nicht. Lena, du kannst dir ein frisches Badetuch nehmen und schon mal rausgehen. Anna, jetzt bist du dran. Ah, ich mag Haare waschen nicht. Gleich sind wir fertig. Mir ist kalt. Schön abtrocknen. Mama, dürfen wir uns damit eincremen? Ja, ihr könnt diese Creme benutzen, nur nicht zu viel verwenden. Die Creme riecht so gut. Ja, finde ich auch. Nach Himbeere, oder? Mama, füllst du meine Haare zuerst? In Ordnung. Lena, zieh dir frische Kleidung an. Jetzt bist du dran, Anna. So, geh dir auch frische Kleidung anziehen. Ich räume hier noch schnell auf. Das Badewasser ablassen. Autsch. Ah, der Schaum ist aber rutschig. Das tat weh. Mama, Papa hat uns heiße Schokolade gemacht. Und jetzt trinken wir so lange, dass ich mal ganz viel Milchschaum bekomme. So viel Schaum wie in der Badewanne. Oh nein. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben. Wir freuen uns auch, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Das ist natürlich kostenlos. Jetzt gibt es hier noch andere Videos von uns. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.